Im Schnitt kannst du 1000 Euro Steuererstattung vom Finanzamt wiederbekommen. Problem ist aber, dass rund 30% aller Arbeitnehmer einfach keine Steuererklärung machen, weil es zu aufwendig ist. Und hier kommt ZASTA ins Spiel. Alles, was du dafür tun musst, ist, dich auf ZASTA mit Name, Adresse und Steuer-ID zu registrieren. Das ist kostenlos und dauert nur drei Minuten. Dann besorgt ein Steuerberater auf unserer Plattform automatisch notwendige Steuerinformationen vom Finanzamt. Und drei Tage später bekommst du ein Angebot. Darin steht dann drin, wie hoch deine Steuererstattung auswählen könnte und wie viel der Steuerberater kostet. Und jetzt kannst du entscheiden, wenn dir das Angebot nicht gefällt, kannst du es einfach ablehnen und hast keine Kosten, keine Risiken. Wenn dir aber wiederum das Angebot gefällt, dann nimmst du es an und kannst im nächsten Schritt nochmal ein paar Fotos von Belegen machen, damit man die Steuerstattung möglicherweise nochmal zusätzlich erhöhen kann. Aktuell funktioniert ZASTA für Arbeitnehmer. Im nächsten Schritt wollen wir auch die beste Lösung für Freiberufler und Solo-Selbstständige werden. Bis zum nächsten Schritt. Bis zum nächsten Schritt.